Herzlich willkommen zum Beispielvideo Trigonometrische Grundfunktion. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ganz schnelle Wiederholung. Bei den Trigonometrischen Grundfunktionen haben wir ein rechtwinkliges Dreieck, also ist irgendwo ein rechter Winkel, eine Hypotenuse und zwei Katheten. Und je nachdem welchen Winkel man betrachtet, ist die eine Kathete An-Kathete oder Gegen-Kathete. Beispiel Winkel Alpha hier oben, wenn wir den betrachten, ist die An-Kathete hier die blaue Kathete, weil die an dem Winkel liegt, die Gegen-Kathete die grüne, weil sie gegenüber liegt. Oder bei Beta ist die An-Kathete die grüne, weil sie an dem Winkel liegt und die Gegen-Kathete in dem Fall die blaue, weil sie gegenüber liegt. Und dann gibt es die drei Formeln, Cosinus von Alpha, also Alpha ist jetzt hier nur Platzhalter, könnte auch Beta sein, ist An-Kathete durch Hypotenuse, Sinus von Alpha ist Gegen-Kathete durch Hypotenuse und Tangens von Alpha ist Gegen-Kathete durch An-Kathete. Das bedeutet, wenn man irgendeinen Winkel gegeben hat und zum Beispiel eine der Katheten und soll die andere ausrechnen, nimmt man die Tangens-Formel, guckt genau, welche Kathete hat man gegeben, die Gegen- oder die An-Kathete und kann dann die jeweils andere Kathete ausrechnen. Das ist so ein bisschen die Grundidee dahinter, wer das ausführlicher erklärt haben möchte, kann gerne auch im ausführlichen Erklärvideo vorbeischauen, da findet ihr nochmal alles und wir schauen uns jetzt direkt das erste Beispiel an. Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck gegeben, also hier ist ein rechter Winkel und hier dieser Winkel ist 30 Grad und die Hypotenuse ist 4 Zentimeter und gesucht ist jetzt diese Kathete. Das heißt, was haben wir gegeben? Ein Winkel, Hypotenuse und welche Kathete ist das? Wenn wir den Winkel haben, von dem Winkel aus betrachtet, ist das die Gegen-Kathete. Das heißt, wir haben Hypotenuse, Gegen-Kathete, ein Winkel. Schauen wir mal, welche Formel da passen könnte. Wo ist Gegen-Kathete und Hypotenuse? Genau, bei Sinus von Alpha. Das heißt, wir können schreiben, Sinus von und jetzt unseren Winkel einsetzen, der 30 Grad ist, ist gleich, jetzt haben wir hier Gegen-Kathete durch Hypotenuse, Gegen-Kathete wissen wir nicht, suchen wir, Hypotenuse ist 4 Zentimeter und jetzt müssen wir das Ganze noch umstellen nach G, das rechnen wir mal 4 Zentimeter, haben dann da stehen, 4 Zentimeter mal Sinus von 30 Grad ist gleich G und das Ganze können wir jetzt in den Taschenrechner eintippen und kommen dann darauf, dass unsere Gegen-Kathete 2 Zentimeter ist und schon haben wir die Lösung. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Beispiel. So, zweites Beispiel. Winkel 35 Grad ist gegeben und wir haben die Gegen-Kathete gegeben, 3 Zentimeter liegt gegenüber vom Winkel und die Ankathete, die an dem Winkel liegt, die suchen wir. Gegen-Kathete, Ankathete und Winkel kommt bei der Tangensformel drin vor, das heißt, die müssen wir nehmen. Tangens von 35 Grad ist gleich Gegen-Kathete, 3 Zentimeter dividiert durch Ankathete, wissen wir noch nicht, wollen wir ja wissen. Jetzt müssen wir das Ganze nach A umstellen. Zuerst rechnen wir mal A, haben dann A mal Tangens von 35 Grad, Äquivalenzzeichen natürlich nicht vergessen, ist gleich 3 Zentimeter und jetzt teilen wir noch durch unseren Tangens, dividiert durch Tangens von 35 Grad und haben dann da stehen, unser A ist gleich 3 Zentimeter, dividiert durch Tangens von 35 Grad und das kann man dann noch in den Taschenrechner eingeben und kommt dann auf ungefähr 4,28 Zentimeter für die Ankathete, die an dem Winkel liegt und man hat auch die Aufgabe gelöst. Drittes Beispiel, diesmal ist ein Winkel gesucht und was haben wir gegeben? Wir haben die Ankathete gegeben, die liegt an dem Winkel und die Hypotenuse, welche Formel könnte da richtig sein? Genau die Kosinusformel und die nehmen wir auch. Kosinus von und wir nennen den Winkel jetzt mal Beta, Kosinus von Beta ist gleich Ankathete durch Hypotenuse, Ankathete ist bei uns 6 Zentimeter, Hypotenuse 7 Zentimeter und jetzt ist wichtig, wie kommt man jetzt an den Winkel Beta und da wendet man die Umkehrfunktion von unserem Kosinus an. Also im Taschenrechner ist das der Befehl Kosinus hoch minus 1. Man sagt auch oft Akus Kosinus als Begriff, also kommt ein bisschen darauf an, wie es in der Schule lernt, also entweder Akus Kosinus oder Kosinus hoch minus 1 und dann, wenn man diese Umkehrfunktion anwendet, bekommt man dann Beta gleich Kosinus hoch minus 1 in den meisten Taschenrechnern, 6 Zentimeter dividiert durch 7 Zentimeter. Das müsst ihr dann eintippen und dann kommt irgendwie was raus für Beta und in diesem Fall kommt ungefähr 31 Grad raus. Das heißt, unser Winkel Beta hier unten, den wir gesucht haben, 31 Grad. Das heißt, ihr habt jetzt Fälle gesehen, wo mal eine Hypotenuse und ein Winkel gegeben ist, wo eine Kathete und ein Winkel gegeben ist oder aber wo eine Hypotenuse und eine Kathete gegeben ist, aber kein Winkel. Das heißt, durch diese trigonometrischen Grundfunktionen haben wir echt die Möglichkeit, total viele Sachen auszurechnen. Solltet ihr dazu noch Fragen haben, schreibt es gerne in die Kommentare und denkt immer daran, Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.